Ne, das wenig Jo Leute, was geht ab, euer Beatz, heißt es euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welcher YouTuber ist das zusammen mit PXLWLF Hallo Hallo Warte, gosh Heute wird man wieder ganz, ganz klassisch YouTuber in ihren Augen erkennen Ich lasse Justin den Vortritt, fang bitte mal an Und muck hier nicht rum What? Ja Hä, was sind das für Augen? Ja, das sind Augen Ja, das sehe ich genauso Hä, von wem sind die denn? Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen Kein Plan, Alter, what the fuck, was sind das für Augen? Oh man Keine Chance, keine Ahnung, kein nichts Sag Simon I'm desu Desu Genau Was? Pena, dass du es nicht erraten hättest, wenn ich dir das Bild gezeigt hätte Warum? Das sieht voll hell aus, die Hautfarbe Ja, das ist ein helles Bild Überbelichtet ist er da Habe ich extra genommen Weil er ja schwarz ist Und dann hätte man das direkt gekannt Das ist Taktik, mein Freund Das ist Taktik, okay So, ich klicke auf dein erstes, ne? Jo Ich glaube, das wird easy mit Ankündigung Moment So, ich habe drauf geklickt Oh, das ist richtig schwierig, Alter Oh mein Gott, wer ist das? Ist das Christopher Krachten oder wie der heißt? Oder Christopher Krachten? Nee Ja, Christopher Krachten Weil der ist kein YouTuber oder so Er zählt ja dazu Ja, aber er kennt man doch instant, Digga Hättest du ein Bild ohne Brille genommen, dann wäre es schwierig Dann wäre es extremst schwierig Hade, Alter, ärgerlich 1-0 für dich Ärgerlich, ja So, dann klicke ich auf dein zweites Und, ähm Ah, das sieht man direkt Ist das, äh, hier links? Ja Paola Maria? Ja Spaß Ähm Ist das Dima Kozlowski? Nein Ach nee, ich bin doch nicht böse, dass Sascha Lombas hat Nein Ahaha Wuhuuu Als Moll ist es Sascha Ja, ist es auch Okay, ich bin dran mit deinen wievielen? Seiten Okay Äh, zack Das, äh, ist das Wenicraft? Nein Doch, das ist Wenicraft Nein Doch Nein Das ist... Hä, doch, das ist Wenicraft Ich schwöre auf meine Mutter, das ist nicht Wenicraft Dann ist das, äh... Irgendwo war ja, also die kommen mir bekannt vor die Augen Aber ich kann sie da nicht zuordnen Ja, die sieht sie jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst Ja, wahrscheinlich ist das ein Bild von mir Ähm Stell vor, ich würde einfach mal so ein Bild, was ich von dir hab, so... Ich hab auch mal überlegt Ich hab's auch mal überlegt Und dann einfach nicht im Video einblenden, ne? Aber es wär ja lame Ach, ist das Nebelneak? Nein, der hat hellblaue Augen gewastert He, ist mir vollkommen vain Hehehehe Aber hab ich auch gedacht, so ein bisschen, wenn man das so sieht, sieht das ein bisschen was wie Nebelneak Äh, boah, dann muss ich jetzt den letzten einfach mal raten, ist das... Es geht zockt Nein Ah, dann Ähm... Mert Matana, ey Hä? Das ist, das ist Wenicraft Hehehehe Ach, das ist Mert Matan Ja Ach, ich dachte, du hättest mich grad verarscht Der sieht gar nicht so aus auf dem Bild Lol Ne, ich so, das ist Mert Matana, ey Ne, das ist Wenicraft Ah, jetzt bist du dran mit deinem letzten, das ist mega einfach Wie viel steht es 1-1, ne? Keine Ahnung, ich sehe Wayne Ähm, ja Ist das Mert Matan? Ja Hehehehe Spaß Nebelneak gewassert Ja Okay, ich bin aber trotzdem noch dran mit deinem letzten Du hast bei mir jetzt, äh... Du hast zwei Punkte, ich hab einen Punkt, ne? Ja Okay, da bin ich jetzt dran mit deinem letzten Das ist leicht Sagte er What the fuck? Wer hat denn so komische Augen? Ist das, äh... Jodie Calussi? Hä, wie hast du das so schnell erraten, du Wasser? Jetzt wirklich? Ne Wollte ich schon sagen, Alter, aber du hast so komische Augen, Alter Genauso Junge Da ist einfach so ein schwarzes Loch in seinen Augen Warum guckt der denn so fies? Ich hab keinen Plan, Alter Null, null Ahnung Warte mal Ist es LP mit Kev? Nein, nein, ist es nicht Ja Sag einfach, ist es LP mit Kev? Nö Äh... Dann hab ich noch einen versucht Dann sag ich einfach, ist das... Äh... Boah, keine Ahnung, wie er sagt Liss auf Roman Lochmann Roman Lochmann Ist es Roman Lochmann? Hehehe Ist er das? Hehehe Jo Okay, nice Okay, Leute 2 zu 2 Okay Ähm... Ich blende einfach das, was du gesagt hast, aus Haha Ähm... Ja, 2 zu 2, liebe Leute Bei Justin gibt's dann noch eine weitere Folge Und dann seht ihr, wie es da abgelaufen ist Hab ich Maul im Wasser Und, äh, ja Ha! Danke fürs Zuschauen! Halt dein Maul! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Euer Mi! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!